Hallo liebe Taktik-Freunde, Thema in diesem Video ist der Spielaufbau aus der 4-2-3-1-Formation gegen einen Gegner in einem 4-4-2-flach gegen uns. Coaching-Team ist die rote Mannschaft. Wenn wir uns jetzt mal die beiden Formationen auf der Tafel anschauen, können wir erkennen, dass wir eine kleine Überzahl hier im Zentrum haben. Wir haben zwei Sechser und einen Zehner. Der Gegner spielt nur mit zwei Sechsern, aber dafür mit zwei Stürmern. Wenn wir mit unseren beiden Innenverteidigern den Spielaufbau gestalten wollen und wir zwei Stürmer immer gegenüber haben, ist es halt auch so, dass wir natürlich immer relativ schwierig den Spielaufbau gestalten können. Wenn wir jetzt gucken, es ist ja hier in dem Sinne schon, der Raum ist zu. Es würde jetzt Sinn machen, wenn wir über eine Dreierkette den Spielaufbau gestalten würden. Das heißt, ich würde vorschlagen, wir zirkulieren den Ball etwas in der Kette herum, sodass wir den Gegner in Bewegung bringen. Und wenn der Ball hier außen ist, wir dementsprechend so rüber verschieben, der Gegner hier rüber kommt und Ballorientiert verschiebt, dann würde es Sinn machen, dass einer unserer beiden Sechser sich gegen die Verschiebbewegung des Gegners hier in das Zentrum absetzt. Dadurch haben wir dann jetzt die Möglichkeit geschaffen, hier mit unseren Innenverteidigern breit zu gehen, hoch zu gehen. Die ziehen weiter hoch, die auch bewusst etwas ins Abseits, sodass wir hier wirklich die Linie oben tief halten. Und dann haben wir hier jetzt schon wieder ganz andere Möglichkeiten, weil wenn der hochzieht, wird der Gegner auch mitgehen. Und wir haben jetzt hier eine 3 gegen 2 Aufstellung, wo wir hier nochmal die Möglichkeit haben, dann viel besser in die Halbräume zu kommen. Des Weiteren würde ich, um das Zentrum zu stärken, auch sagen, dass unser Zehner dann hier auch wirklich hier nochmal reinfallen lässt, sodass wir hier auch nochmal mindestens ein 2 gegen 2 haben. Wenn wir jetzt sogar noch sagen wollen, unser Stürmer hier vorne soll auch noch weiter reinkommen, um hier das Zentrum mal noch wieder in der Überzahl zu schaffen, spielen wir dann in dem Sinne ohne Spitze, aber allerdings mit sehr breiten Flügeln, die sich dann natürlich auch wieder etwas mit sich stellen können, sodass wir dann hier nochmal Möglichkeiten für unsere Außenverteidiger schaffen. Viele Möglichkeiten, die wir hier natürlich vorfinden, je nach Trälerphilosophie, je nach Spielermaterial, was wir natürlich auch da haben, Spielertypen, aber hier macht es dann natürlich Sinn, nach innen zu kommen, sodass wir die Linie auch nur noch einfach besetzt haben. Wenn wir jetzt hier den Spielaufbau zum Beispiel gestalten würden, würden wir hier mit einem einfachen Querpass hier schon in die Halbräume kommen können und dann lassen sich natürlich wieder viele Fortsetzungsmöglichkeiten aufzeigen, sei es den Pass hier in die Tiefe, sei es den Pass hier nach außen zu ihm, der dann durchgeht, sei es aber auch unseren Sechser hier einsetzen, wenn der Gegner hier vorkommt, dass einer der Sechser angespielt wird, vielleicht geht der Sechser auch tief, der kommt, nimmt den Ball mit, spielt hier rein. Viele, viele Möglichkeiten, da hier im Zentrum dann wieder viel diese Überzahl auszuspielen mit Kurzpassspielen. Wir können aber auch sagen, wenn wir sagen, wir möchten jetzt nicht über eine Dreierkette aufbauen, sondern wir wollen bei unserer 4, 2, 3, 1 bleiben, dann haben wir auch hier natürlich die Möglichkeiten, dass wir wieder mit unseren breit stehenden Außenverteidigern, die mindestens auf derselben Höhe der Gegner richtigen Flügelspieler stehen sollten, sodass wir hier wirklich die Möglichkeit immer wieder haben, mit einem Pass den Gegner schon auszuspielen. Haben wir aber auch hier die Möglichkeit, mit der Überzahl in Zentrum hier unseren Zehner auch immer wieder einzusetzen, tiefe Pässe. Die beiden müssen hier gut rotieren, dass die hier mal vielleicht den Gegner mal wegziehen, dass der sich hier absetzt, vielleicht anspielbar ist, wenn er hier nicht anspielbar ist, weil der mitläuft, haben wir hier wieder Raum geschaffen. Das heißt, wir haben dann mit drei Mannen im Zentrum Überzahl, das wir natürlich ausnutzen sollten, indem wir uns hier wirklich gut getimt, gut abgestimmt bewegen, Räume schaffen, sodass wir hier in diese tiefen Räume auch wieder reinkommen. Wenn der sich hier drehen kann, haben wir hier auch wieder viele weitere Möglichkeiten, vielleicht hier tief zu spielen, runter zu spielen oder auch hier in diesen Raum zu spielen. Natürlich ergibt sich auch immer wieder die Möglichkeit, gleich mal einen gut getimten, gut gespielten Diagonalpass zu spielen. Wenn wir jetzt hier oben sind, Ball rausgespielt haben, Gegner orientiert sich, Ball orientiert, dann haben wir hier natürlich auch wieder Räume geschaffen, in der sich hier gut absetzt, dass wir dann hier vielleicht auch mal einen guten Diagonalball hier rein spielen können. Diese Möglichkeiten ergeben sich natürlich auch immer. Wichtig nur für mich, dass wir halt sagen können, wir haben Überzahl im Zentrum, dass wir die bestmöglichst ausnutzen sollten. Ich spiele auch vorüber die Dreierkette, die sich immer ergibt, wenn wir mit zwei Innenverteidigern gegen zwei Stürmer spielen, weil wir so viel besser in die Halbräume hier kommen können. Und dann gibt es viele, viele weitere Fortsetzungsmöglichkeiten, die wir dann auch spielen sollten. Vielen Dank. Ich hoffe, ich habe euch ein paar gute Informationen geben können. Es würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Empfehlt mich weiter bei euren Mitspielern, bei euren Trainern, bei euren Freunden. Vielen Dank für eure Zeit. Bis zum nächsten Mal.